...quick, weil du ganz schnell kannst 100 Franken im Jünger-Gutsch gewinnen. Wet, weil wenn du den folgenden MW-Artikel nicht aus 20 Klappen genau schätzen kannst, gibt es eine nasse Schleimdusche. Und es ist der folgende... Blütenhonig flüssig. Eliane, was meinst du, wie teuer ist der und warum? Oje... Ja, ich würde sagen, etwa 10.40 Franken. 2.40 Franken? Zu viel, zu wenig, das ist die Frage. Oder bleibst du bei dieser Antwort? So, dann gibt es noch eine Möglichkeit, um die Antwort zu ändern. Und die nehmen wir dann. Ok, ich gehe auf 10.50 Franken. Ich weiss nicht. 2.50 Franken? Ja. 2.50 Franken. Auch dich würden wir jetzt richtig positionieren, egal ob du gewonnen hast oder nicht. Wir wollen mal schauen. So, Eliane. Da stehst du. Da steht unsere Annabelle mit dem Kessel voller Schleim. 2.50 Franken. Es ist sehr, sehr knapp. Es ist knapp. Es ist... Knapp den Ebbelt! Es wären 2.75 Franken gewesen. Nur 25 Franken den Ebbelt. Und nur 5 Franken neben der Zahl, die du hättest sagen müssen. Eliane, nooo! Aber jetzt gehst du ab in die Dusche und nachher ist alles wieder gut. Ich bin nicht echt über hier好. Untertitelung Verlangen 2.50 Franken